Lieber Paul, diese Zeilen mögen dich gesund und schaffensfroh antreffen. Nun bin ich schon so weit weg von dir, aber ja nur äußerlich gesehen. Die Erinnerungen an unsere ersten Jahre in Saarbrücken, die werden für mich immer die schönsten meines Lebens bleiben. Weißt du, manchmal, da wähle ich jetzt am Telefon unsere Nummer, in der Straße des 13. Januar, und lasse es einfach lange ins Leere tüten. Wir hätten darüber alles in Ruhe reden können. Morgen sehe ich zu, ob ich in den alten Autos nicht ein Kissen oder ein Polster finde. Paul, mein Popo tut mir so weh. Ja, weil neben einem Wäldchen liegen nämlich zwei Autowracks herum, die schon fast gänzlich zugewachsen sind. Wieder einmal. Genau wie nach dem letzten Krieg. Manchmal, da denke ich, es ist etwas passiert, wovon ich nichts weiß. Weißt du, die Menschen in der Gegend hier sind alle offen davon, es lässt sich niemand mehr blicken, und die Grenzen haben sich verschoben, und ich sitze längst in einem anderen Land. Es tut mir leid. Es tut mir leid, diese zeitweise Angst. Im Grunde bin ich stark, und es wird mir schon einfallen, wie ich wieder etwas glücklicher werde. Ich weiß, dass du die Frau im hochgeschlossenen Kleid liebst, Paul. Und dass sie auch dich liebt. Ja, und da ich das nun weiß, fühle ich mich dir gegenüber erleichtert. Ja, so ist es nun, und ich muss mich damit abfinden. Ich hoffe aber, auch du wirst jetzt einmal erfahren, dass man sehr viel glücklicher ist und etwas sehr viel Stärkeres spürt, wenn man selber richtig liebt, als wenn man sich immer nur lieben lässt. Gott ist einfach. Gott verwandelt sich nicht und betrügt niemanden. Deine Lotte Deine Lotte Vielen Dank.